Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie alle recht herzlich zum dieswöchigen Wort zum Freitag, in welchem ich Sie auf eine österreichweit bevorstehende Veranstaltung kommende Woche hinweisen möchte. Assalamu alaikum, der Friede sei mit Ihnen allen. Der Islam, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hat in Österreich eine lange Tradition. Seit 110 Jahren ist er eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Die österreichische Mehrheitsgesellschaft und die Musliminnen und Muslime mit oder ohne Migrationsbiografie leben seither in vielfältigen Beziehungen zusammen. Wir sind Nachbarinnen und Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschüler, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Partnerinnen und Partner in der Stadtverwaltung, in Eltern- und Sportvereinen. Wir teilen uns eine Parkbank, betreuen uns gegenseitig im Pflege- und im medizinischen Bereich, beraten uns in der Bank oder im Bekleidungsgeschäft. Kurzum, wir teilen unser Leben in der ein oder anderen Form. Oft wissen wir gar nicht voneinander, ob und welchem Glauben die eine oder der andere angehört. Manchmal erkennt man es an Äußerlichkeiten. Manchmal aber würde man nicht einmal annehmen, dass die andere Person eine bestimmte Religion praktiziert. Und ob sie dies in den eigenen vier Wänden oder in einem Gotteshaus tut. Und wie so ein Gotteshaus überhaupt aussieht, was darin eigentlich vorgeht. Die erste Generation Musliminnen und Muslime fanden keine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene religiöse Infrastruktur vor, als sie nach Österreich kamen. Sie gründeten mit bescheidensten Mitteln erste Vereine und Kulturhäuser, in denen sie ihre Traditionen pflegten und auch gemeinsam beteten. Später wurden diese Einrichtungen oft abschätzend als Kellermoscheen bezeichnet. Seither hat sich viel getan und die religiöse Infrastruktur unserer Moscheen haben sich ebenso weiterentwickelt wie die muslimischen Communities selbst. Ich spreche absichtlich von Communities, denn was vielen nicht bewusst ist, ist die große innermuslimische Vielfalt, die wir als islamische Glaubensgemeinschaft als unglaublich bereichernd empfinden. Und diese Vielfalt möchten wir Ihnen gerne zeigen. Wie man so schön sagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Sie wollten schon immer mal eine Moschee von innen sehen? Sie haben Fragen zum Islam oder zur muslimischen Lebensweise? Sie wollen Gemeinsamkeiten entdecken oder vermeintliche Gegensätze diskutieren? Nächsten Sonntag, den 23. Oktober, haben Sie auch die Möglichkeit dazu. Besuchen Sie uns von 14 bis 17 Uhr in einer unserer Moscheen österreichweit. Die Liste der teilnehmenden Moscheen finden Sie auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen. Jedes Bundesland ist darin vertreten. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag. Bleiben Sie gesund und einen gesegneten Freitag.